Letzte Gelegenheit. Goldenschauer in der Waldhütte. Titus träumt von heißen, nassen Liebesspielen mit seiner Freundin. Nichts könnte er sich erregender vorstellen, als den ersehnten Goldenschauer mit Lilly zu erleben. Die längst verlassene Hütte im Wald könnte der perfekte Ort dafür sein, doch zuvor muss Lilly von seiner glühenden Leidenschaft für den speziellen Wassersport erfahren. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de